Herzlich willkommen liebe Freunde zum neuen Video auf meinem Kanal Crypto Night Owl. Wir sehen uns heute natürlich das allumfassende Thema dieser Woche an und das sind die US-Wahlen. Sie werden den Kryptomarkt, aber auch den globalen Finanzmarkt natürlich beeinflussen, weil hier möchten Leute natürlich auch Geld verdienen. Wir sehen uns die aktuellen Wetten auf Polymarket an. Hier geht es einfach um massiv viel Geld. Ob das die US-Wahlen mit beeinflusst, sehen wir uns genau an. Das wird mega spannend. Wir sehen uns aber auch an, warum Bullish Daniel sagt mit breiter Brust und dazu stehe ich. Wir werden hier mit dem Kryptomarkt sehr bald wieder Richtung 70.000, 72.000 US-Dollar hochsteigen. Also wir sind hier noch nicht am Ende. Und wir sehen uns am Ende gute Überleitungen natürlich auch XRP an, der seit über sieben Jahren keine wirklichen Renditen abwirft. Was können wir denn von XRP noch erwarten? Lohnt sich dieses Investment noch? Es gibt immer mehr Leute, die XRP den Rücken zukehren, die hinwerfen. Ich merke es auch in der Community, aber auch bei anderen großen Krypto-YouTubern, dass XRP wirklich immer mehr Bedeutung verliert und die Leute einfach die Nase voll haben. Ihr lasst mir sehr gerne zum Montag einen Kommentar, ein Like da. Wenn du neu dabei bist, selbstverständlich kostenlos ein Abo. Das würde mich mega freuen und mich hier bei meiner Arbeit auf YouTube unterstützen. Wie gewohnt nach dem Intro. Peace. Ja, liebe Freunde, wir gehen direkt rein. Hier auf YouTube werdet ihr meistens von mir in den frühen Morgenstunden informiert. Natürlich liegt der Tag dann noch vor uns, da kann immer noch viel passieren. Aber nichtsdestotrotz versuche ich doch immer schnell und up to date euch auf dem Laufenden zu halten. Bitcoin ist unter die 69.000 US-Dollar runtergerutscht. All das tangiert mich eher wenig. Der Kurs kann auch gerne nochmal Richtung 61.000. Wir sehen uns das nochmal an, wo noch extrem viel Kohle liegt. Ich meine zumindest waren 61.000. Aber sehen wir uns gleich nochmal an. Runterrutschen, auch das würde mich nicht von meinem Kurs abbringen. Aktuell zum Zeitpunkt dieser Aufnahme marginal im Plus mit 0,3%. Also es ist wirklich gar nichts und das spiegelt die aktuelle Lage wieder. Komplette Unsicherheit. Der Markt wartet ab. Was passiert jetzt in den USA? Denn Bitcoins Volatilität erreicht vor US-Wahlen ein 3-Monats-Hoch. Hier steht, es wird wahrscheinlich sehr volatil. Ja, liebe Freunde, das wird es auf jeden Fall. Wir haben auch noch die Zinssenkungen, die eventuell anstehen. Ich meine nächste Woche wird auch nochmal spannend. Aber das wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig. Und da können wir alle Finanzmarktdaten etwas, nicht komplett, aber etwas außer Acht lassen. Denn das allumfassende Thema ist morgen die US-Wahlen in den USA. Trump oder Harris, das wird mega spannend. Der Favorit ist immer noch, wenn auch nicht mehr viel, Donald Trump. Aber die Gegenwetten sind angesetzt. Gerade auf Polymarket, dort sind Millionen von US-Dollar auf den Sieg von Donald Trump gesetzt. Was natürlich auch den Ausgang mit beeinflussen könnte. Denn Geld regiert die Welt. Trump hat ja jetzt im Vorfeld schon mal von Wahlmanipulation gesprochen, um da schon mal sich ein bisschen abzusichern, falls es dann doch dazu kommt, dass er nicht Präsident wird. Also in den Umfragen muss man ganz klar sagen, Kopf an Kopf rennen. Aber hier auf Polymarket, eine Wettplattform, schmilzt der Vorsprung von Donald Trump, was das für den Kryptomarkt bedeuten würde. Für mich, wenn Donald Trump Präsident wird, würde ich sagen, erst mal positiv für den Kryptomarkt. Langfristig bin ich mir da nicht so sicher. Unter Kamala Harris würde ich sagen, wäre der Pump oder dieses Event erst mal nicht so hochgewichtet, aber langfristig positiver für den Kryptomarkt. Hier als Demokratin natürlich auch für Europa vielleicht das positivere Signal. Also was heißt vielleicht auf jeden Fall. Und jetzt sehen wir uns das Ganze mal an. Polymarket, einer der größten Wettanbieter, sieht Donald Trump mit 64% vorne. Und das ist wirklich heftig. Hier geht es nur ums Geld. Laut eines Berichtes zufolge vom 1. November vom Wall Street Journal, also nicht irgendjemand, haben sie einen französischen Staatsbürger aufgespürt, der mehrere Einrichtungen von Konten hat auf der Wettplattform Polymarket unter den Namen Freddy999, Theo4, Princess, Caro und so weiter und so fort. Seine Wetten haben zusammen einen Wert von 38 Millionen US-Dollar auf Donald Trump, liebe Freunde. Und wenn man sich das dann dort auf dieser Plattform ansieht, könnte man natürlich denken, hier wird auf den Sieg natürlich gewettet und die Wahlen werden in diese Richtung verschoben. Viele, die damit Geld verdienen wollen, werden dann vielleicht ihr Kreuzchen doch bei Donald Trump machen. Ist nur so eine Theorie. Insgesamt auf dieser Wettplattform werden 2,9 Milliarden US-Dollar auf einen Sieg von Trump oder Harris gesetzt. Also da ist unglaublich viel Geld mit drin. Natürlich mischen dann noch auch verschiedene Stars mit. Also für mich persönlich ist diese Wahl komplett offen und ich bin einfach mega gespannt. Also das ist das Event des Jahres und nichtsdestotrotz, egal wie das ausgeht, glaube ich ganz stark an eine Jahresendrallye. Das erstmal dazu. Haut mir eure Meinung dazu in die Kommentare. Die Bitcoin-Dominanz steigt aktuell auf fast 60%. Wir sind von einer Altcoin-Season komplett, also komplett entfernt weg. Weiter weg kann man da aktuell gar nicht sein. Und da überschlägt sich schon meine Stimme. Bitcoin bei knapp 60%, was aber gut ist. Das Geld muss erstmal in den Bitcoin fließen. Und das passt auf jeden Fall. Das 24-stündige Handelsvolumen bei 91 Milliarden US-Dollar auch völlig okay. Von diesen 130 Milliarden aus der letzten Woche sind wir da einiges entfernt. Wie gesagt, der aktuelle Markt spiegelt einfach die US-Wahlen gerade sinnbildlich wieder. Wir sehen uns auch den Fear and Greed Index an, der immer noch bei 70 ist. Also ist immer noch Gier im Markt. Und ich glaube, wenn die Drehzahl so hoch gehalten wird, schlägt das dann auch ganz schnell wieder in die extreme Gier um. Es kann natürlich auch völlig in die andere Richtung gehen. Ich blende euch mal ein schönes Bild dazu ein. Es kann auch oben gehen. Es kann auch unten gehen. Julian Hosp, ihr kennt es sicherlich. Am 1. November, am Freitag haben die ETF-Abflüsse, muss man eher sagen, dazu beigetragen, dass wir hier mit 54 Millionen US-Dollar im Minus sind. Wir werden sehen, wie diese Woche startet. Ich denke eher, dass das sehr verhalten vonstatten gehen wird. Und ja, wird auf jeden Fall mega spannend. Die Liquidation Heatmap, bevor wir zu XRP kommen, und die ist wirklich extrem spannend. Warum? Ich einfach sage, liebe Freunde, bleibt entspannt. Es geht wieder nach oben. Die letzten 24 Stunden, 48 Stunden eher langweilig. Gehen wir aber auf den 3-Tages-Chart, dann sehen wir bei 70.400 und 70.200 liegen jeweils 92 bzw. 96 Millionen US-Dollar. Liebe Freunde, das holen die sich ab. Jetzt sehen wir uns den Monats-Chart an und da seht ihr, warum ich auf diese 61.000 komme. Also das wäre wirklich für mich so ein absoluter Breaking-Point nach unten. Drunter sollte es nicht gehen. Da liegen 160 Millionen US-Dollar. Absolut irre. Also das halte ich für absolut realistisch. Und bis dahin zucke ich auch nicht mit der Wimper, dass mich da irgendwas aus der Ruhe bringt, liebe Freunde. Also die Wette geht eher nach unten. Aber mittelfristig sehe ich natürlich auch, dass die Trader dann wieder nach oben wollen. Die Market Maker hier bei 73.300, 82 Millionen, 66 Millionen. Also da liegt auch einiges. Also komplett entspannt bleiben. Jetzt gehen wir rüber zu XRP. XRP, darüber müssen wir reden. Ich bleibe natürlich investiert. Was soll ich auch machen? Ich verkaufe nicht im Minus und ich möchte dabei sein, wenn dieser Moonshot kommt. Und daran glaube ich, ich werde hier definitiv nicht irgendjemanden dazu überreden oder irgendwie sagen, ja investiert in XRP, das muss jeder selber wissen. Weil, ich sage es immer wieder, du verlierst dich auch in dieser Bubble. Sind wir mal ganz ehrlich und betrachten das nüchtern. Die ISO-Coins, was haben wir da nicht vor zwei, drei Jahren viel Hype reingelegt, viel Hoffnung auch. Was ist denn passiert? Seht euch diese Kryptowährung an. Nicht viel, muss man so sagen. Da gibt es viele, die natürlich besser performt haben. Aber XRP ist für mich das absolute Langzeitinvestment. Und wenn das bis in die, ja, Ende der 20er Jahre, möchte ich mal sagen, es hört sich so alt an, 20er Jahre. Solange, wie es dauert, soll es dauern. Ich bin ja auch weg von, das wird nächstes Jahr explodieren, das wird übernächst Jahr explodieren. Man muss da einfach ein bisschen realistisch und ruhiger bleiben. Natürlich wird XRP auch den Dollar wieder erreichen. Das ist doch ganz klar, meiner Meinung nach. Aber ich merke auch in meiner Community, in anderen Communities, wo es hauptsächlich um XRP geht, wie viele Leute da einfach die Nase voll haben. Auch hart eingesessene XRP-Jungs, die schon von Anbeginn der Zeit dabei sind, schon teilweise über 10 Jahre, die schmeißen hin oder sagen, sollte das Ding nochmal über einen Dollar gehen, bin ich raus. Also man merkt auch, die Leute haben immer mehr die Nase voll, steigen auch immer mehr aus, was ich irgendwo auch verstehen kann. Ich bleibe einfach drin, habe mein Content auch mehr oder weniger etwas umgestellt, habt ihr sicherlich gemerkt, weil ich, ja, ein breiteres Spektrum auch hier anbieten möchte auf meinem Kanal. Sechs Jahre Stillstand, deshalb steigt Ripple nicht, brauchen wir uns auch nicht aus der Nase zu ziehen. Wir wissen es alle, der Streit mit der SEC natürlich ist 2020 bzw. 2021 im vollen Gang gewesen. Hat XRP natürlich da auch die Luft genommen im Bullrun und es sieht so aus, als ob es den nächsten Bullrun auch verpasst. Natürlich positive Entwicklung gibt es in Sachen ETFs. 21 Shares hat jetzt den Spot ETF auch bei der SEC eingereicht. Natürlich hat die SEC gerade auch die Berufung eingelegt und mal schauen, ob die diesen Antrag stattgeben werden. Was ich aber als extrem positiv bewerte, ist die Sache mit dem Stablecoin, den RLUSD. Da lege ich nun wirklich ein bisschen Wert drauf, dass da der Kurs mal anzuckt. Wir sehen es hier, über sieben Jahre ist das All-Time-High jetzt alt, vom 7. Januar 2018 bei 3,40 Dollar. Also es ist schon wirklich dieses Match, was sich hier einzeichnet. Es muss ja eigentlich explodieren. Okay, haut mir eure Meinung dazu in die Kommentare. Ganz wichtig zu Donald Trump und Kamala Harris. Wie wird das Ganze ausgehen? Wie wird es den Markt beeinflussen? Auch gerne eure Meinung zu XRP und wenn ihr mich unterstützen möchtet, meldet euch sehr gerne bei Coinex an. Aktuell exklusiv für neue Nutzer. Wenn ihr euch neu anmeldet, könnt ihr 10 Dollar USDT bekommen, wenn ihr 40 Dollar einzahlt. 30 Dollar bekommt ihr obendrauf, wenn ihr 200 Dollar einzahlt. Und aktuell ist auch ein sehr geiles Event am Start. Und zwar hier unter Aktion Trading Ranking. Und hier könnt ihr am Trading Volumen Caspi teilnehmen. Ihr könnt dort investieren und einen Gewinn erzielen auf eure Investitionen. 100 Millionen Caspi werden hier versteigert. Ihr geht auf Details. Ansehen ist ein ganz neuer Meme-Coin. Natürlich volatil. Aber die ganze Aktion läuft noch 4 Tage und 1 Stunde. Ihr geht hier auf Handeln und investiert dann in diesen Meme-Coin quasi. Hier steht es auch nochmal. Dies ist ein neues Listening. Bitte beachte die Marktschwankungen. Und hier könnt ihr dann investieren, eure USDT eingeben und kaufen. Ihr seht das Ranking dann hier vorne auch. Natürlich, wer hier schon investiert hat, wie viel. Je nachdem, wie viel ihr investiert, könnt ihr an diesem Preispool beteiligt werden. Also ganz spannendes Thema. Aber ansonsten auch für neue Nutzer extrem lukrativ. 100 USDT, Neueinsteiger-Bonus. Und CoinEx für mich eine Börse, die ich wirklich aktuell tagtäglich nutze. 1.224 Kryptowährung. Schaut euch das unbedingt mal an. Ansonsten Kommentar, natürlich ein Like und sehr gerne kostenlos ein Abo dalassen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Bleibt schön gesund und Peace. Tschüss.